So, meine Damen und Herren, wir müssen heute schnell die Straße erreichen. Ja, komm. Ich möchte sterben, ich möchte sterben. Fuck! Klingt sterben. Naja, gut, also müssen wir es doch langsam an- äh, angehen. Nice! Oh, wie geil ist das denn? Ist das nicht geil? Ich find das geil. Ne, nehmen wir noch die Waffe dazu. Ah ne, was ist denn das? Ach, ich hab meine Waffe wieder. Wie geil ist das denn? Wo? Wo? Wo noch? Ach, da oben hängen sie alle! Oh, ich hab meine Granaten! Oh, ich hab alles wieder! Nice! Nice! Holy fuck! Fuck! Alter! Da! Die Scheiße ist, du siehst, 0,0! Die Scheiße ist, was mach ich denn dort oben jetzt? So, ich muss mich mal dort drüben um was kümmern. Alter! Du, du siehst, 0! Man sieht einfach nur, ihr seht es ja, man sieht einfach 0 davon, was hier eigentlich abgeht. Hoch kann ich nicht gehen? Da verbrenne ich? Unten kann ich nicht lang gehen? Dann bin ich tot? Wo kann ich nicht lang gehen? Wo hast du denn jetzt durch? Kommt, los geht's! Was war das bitte schön? Hä? Was war das bitte schön? So Leute, es gibt leider keinen anderen Ausblick, das ist der große Mist hier an der ganzen Sache. Oh! Was wird dein Spaß? Oh! Schein, das ist… Oh! Die verfütter dich an meiner Schweine… wofar ist du wir schon und na mit der waffe kann man was links und rechts also ein bisschen hoch und dann aufgehen version nein das habe ich nicht vor so jetzt siehst du auch langsam fucking rauch da weiß ich nie was so ein habe ich schon mal das gut kurz munition wechseln so mich kotzt es hier langsam an leute dieses fucking level komm brech mir den knochen ja dann hat spaß mit mir schönen dank ich kann hier nicht mehr jetzt kommt hier drüben langsam her ist das level vielleicht schwieriger geworden dadurch dass man jetzt auch zeitlevel kriegen kann trotzdem kopfschlüsse sind ziemlich schwer nein ich muss nachladen nur ihn jetzt hat das so ich habe keine karten mehr ok Oh nein, wer hätte das gedacht? Weiß sonst noch was? Ich verstecke mich. Der Junge kann echt schießen. Ich habe noch nie mal getroffen gehabt und du sagst, ja, der Junge kann schießen. Drei Leute noch. Echt, ich bin mir das Ding schon abgebraten. Heute ist ein Todestag. Da ist er. Der Kleine gehört mir. Die ganze Scheiße hatten wir ihm zu verdanken. Auf geht's. Ich muss nachhören. Formiert euch hinter mir. Der schwarze Ursaug gehört dir. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Ich kann mich nicht bewegen. Ich verschatz mich. Das ist ein Planckrohrer hier. Ich kann mich nicht bewegen. Ich werde jetzt auch loshinge. Ich mache mich auch hier. Oh, ich bin mir geht's flight. Ich sage, ich sage euch. Oh, ich werde jetzt machen. Oh, mein Gott, ich werde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017